Mega geile Sache. Wobei, die nehmen jetzt nicht so wirklich viel Schaden davon, oder? Vier. Vier. Gut, ich weiß nicht, wie viele die insgesamt haben. Aber vier ist halt gar nicht mal so geil. Vier ist halt gar nicht mal so geil. Prinzipiell. Auch wenn man nicht viel hat. Also gut, wenn man fünf hat, ist vier schon scheiße. Aber das hier ist nicht bald das Gate, wo irgendwie alles nur so zwei Lebenspunkte hat. Immer gegenhalten mit der Heilung. Und dann zünden wir sie an. Du musst mal ein bisschen. Ich glaube, ich werde krank. Ich sterbe bald. Schnell. Spenden auch sie einem sterbenden Menschen Geld. Und andere Dinge. So. Ja, trink mal ein. Aber das macht doch Blut und das möchte ich dann schon behalten. Mh. 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 Ich kann ihn von hier aus gut ziehen, den Akku, es kann also definitiv nicht der Akku gewesen sein. Definitiv nicht. Oder habe ich vielleicht noch einen dritten Akku, von dem ich nichts weiß? Mein Laptop ist noch ein Akku, aber ich glaube der explodiert nicht. Hoffe ich mal. Vielleicht soll ich mir den auch mal näher anschauen. Wer weiß, wird explodiert er ja auch noch. Ja toll, jetzt stirbt es die nicht. Hier habe ich mal das. Der Rest ist Trinkgeld. Oh mein Klingelton. Das könnten noch explodiert sein. Mein Rechner. Bin ich noch live. Fade. Kann ich nicht benutzen. Schade. So. Ab zum Boss. Schade. Ja, ja, ja. Schönen sie erstmal an. Passt dann schon. Wiederschmerzen. Oh, ist rasend. Passt mal hergegen. Ist nun gegen krank. Ist nicht so geil. Junge. Junge. Was macht das denn? Eins. Ist nun gegen blutend. Schlecht. Ich bin auf ganz hohem Niveau. Ganz unten. Das ist ein Treffen auf höchster Ebene. Wo das Denken ganz unten ist. Wahnsinn. Nicht mal angezündet. Wahnsinn. Ja, betäub mich mal weiter. Könntest du mich einfach mal nur betäuben? Das wäre toll. Das ist nicht so toll. Kann die sich heilen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht, oder? Du dumme Sau, du dumme. Kann ich mal wegmachen. Wiederschmerzen. Komm schon. Tom, brenn mal wieder. 50% der Chance ist viel zu niedrig. Ich muss irgendwo mit dem Schwert totschlagen. Was habe ich denn noch so? Was macht das denn so? Eins. Doch so viel, ja? Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, er hat doch noch irgendwas drauf. Schlaf liebst. Macht eins. Passt schon. Segenlosen braunen steigen. Er hat gegen den Glauben gestärkt. Aber sie ist weich. Ich muss jetzt erstmal heilen. War ne gute Entscheidung. Jetzt war nicht tot, aber landen. Na, 28. Das ist. Ich mache aber auch nicht so viel wirklich Schaden. bei ihr, ne? Wie? Mhm. Was macht das? Deswegen des großen Abbaus. Hm, 6. Doch so viel, ja? Das ist ein bisschen schwierig. Ich mache mir nicht so wirklich viel Schaden irgendwo. Hm. Ja, ja. Mach du mal dann. Ach. Das ist dieses Weichkack-Scheiß-Drecks zu mich. Das ist süß, ja nicht. Wieso ist die Immun-Gegen krank? Was soll denn der unser? mag ich nicht so etwas machen? Das ist sehr gut. Es ist wie sehr diese Immun, ne? Aber das andere ist die. Jetzt ist auch nicht so wirklich. Hey. Jetzt mache ich mal eine große Heilung. Hast du da was im Angebot? Ich sollte ihm vielleicht auch mal ein bisschen Stärke gönnen. Mach mal Schlaflied, das hilft sehr viel. Ich konnte mir vorstellen, dass ich jetzt mal einen Heiler einschleifen könnte. Kritisch wäre das. Wasen war ein Meerschaden, oder? Ich konnte es langsam mal sterben, wer ist denn mal damit? Ordentlich in die Bomben geblasen. Äh, in die Tabakpäufe. Ich nehme hier keine Drogen. Das ist ein drogenfreier String. Warum hab ich so viele? Achso, weil ich... Was stehst du jetzt bitte mal? Das ist der Boss, der ich noch hätte zwischenschieben können. Ach so. Mach halt irgendwie auch nur 18 Schaden. Das ist halt insgesamt nicht sonderlich geil. Könnte ein bisschen mehr sein. 80 oder sowas ist sehr toll. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Erstens. Nö. Nö. Jetzt ist es wieder da. Nö. Oh, jetzt wird es so ein bisschen eng gerade. Ähm. Aber ich habe das Traumkraut. frische luft ich glaube nicht glaube ich glaube das war jetzt keine frische luft ab nicht dauern können wir jetzt bitte mal töten das finde ich mal ganz vorderhaft keine info über bossen ja toll warum nicht überhaupt keinen unterschied machen außer dass ich mich noch mehr ärgere wenn es mir nicht gelingt sie zu töten kurz bevor sie stirbt ein glück finde ich gut und schuss weg damit weg damit jetzt weg wir gehen und so dass bekommen kann ich austauschen monda ich habe mal wieder den handelsüblichen müll bekommen ein bisschen wie als wenn man in der mülltonne wühlt trinkt man auch einfach brauche ich den gleich noch etwas besiegt nächste nächsten nächsten spiel der endboss braucht noch ein bisschen in der endbossen habe ich bisher nicht besiegt nein ich habe zwei zwischenboss besiegt und ohne der tod ich gehe einfach mal vorbei das passt schon das passt schon warum nicht weiter geht's toll habe ich einen trank verbraucht ist nur so wertvoll ich habe vielleicht ein buch über nekromantie ich will gar nicht wissen aus welchem leder der einbad ist aber das darf keiner wissen hier habe ich im schulkeller gefunden leuchtende haupte anpassung hat jetzt irgendwas ich lebe nicht im zölibat spannenderes erwartet koppel was hast du du teufels riff teufels riff teufels riff teufels riff das da brauche ich auch ich habe Würm ich habe Würm koppel ja das sind wir Kollegen ich bin auch ein Held naja noch nicht aber bald ich bin mir ein ganz fiel Teil meiner Heroes System jemand hat mir meine nun Unterhose gestohlen nicht meine richtigen Unterhose natürlich sondern die die ich über meine Strumpfhose trage das ich wieder bringen könnte kann ich endlich mein Superhelden trainieren mit einem kompletten hab ich das nicht schonmal? Heroes System bin ich nun die Welt retten oder sowas ok Superrange zeigt mir diesen Monstern was Helden können natürlich werde ich mit euch bin ja nun zieht von dannen meine Helden da kämpft meine heldenhafte Unterhosen die das möchte ich selber tun nicht meine richtigen Unterhosen sind soll ich euch dabei helfen kann doch heldenhafter sein jetzt gehe ich erstmal zum Schmied zum Schamied verkaufen 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 das Inventar könnte aber wirklich größer sein ja Mordhafen weg alles weg wieder im Dreck alles weg 57 50 50 ist noch niemal besser ja so kann ich schonmal nicht austauschen oh das kaufe ich mal ich glaube das werde ich gleich brauchen können aber das hat ja automatisch schon mal runter scrollt das ist schon so ein bisschen nervig muss ich sagen hm 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 das ist ja so bedingt besser das ist alles nur so bedingt besser warum denn das nächste spiel das spiel hier ist doch schön ich weiß nicht was du willst das hat einfach keinen Geschmack kennt man immer wieder bei dir und erkennt man immer wieder ja nein wir wollen schon nur einen angreifen das ist doch alles normal tschüss So, auf geht's. Ich bestatte ihn mal, warum nicht? Ich könnte mal einen Schluck trinken, was hier sonst nichts Spannendes in meinen Let's Plays. Teufelsriff. Ja, jetzt habe ich es nicht fertig gelesen, aber ich glaube Würm war hier, was ich haben möchte. Ich habe einen verrückten Pilz. Esst ihn. Was ist denn, du Pilzfreund, du kein Freundes Leben? Toll. Oh. Ja, ja, ja. Das passiert, wenn ihr nett zur Natur seid, aber ich werde Kopf abgeschnitten. Völlig nachvollziehbar. Gibt übrigens neue Forum-Einträge. Möchte ich die lesen? Möchte ich die wirklich lesen? Wobei, ich habe schon überlegt, ob ich mal ein bisschen was anderes vorlese. Tum mal richtig kranken Scheiß. Mal gucken. Oh toll. Jetzt vergiften, wir fallen hier wieder aus. Wir haben hier jetzt mal weg. Können gar nicht so gut sein. Wahrscheinlich völlig normal und übertreibst nur wieder. Schreib sie mal in den Chat. Nein, 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 lass das. Lieber nicht. Wo bin ich? So. Oh ja. Ich habe definitiv das Richtige dabei. Ich kann wieder kämpfen. Ja, das kommst du auch vorher. Es ist gerade so einfach, dass ich erst mal WC. Das ist nicht sonderlich lustig. Verstehe ich nicht. Was ist das für ein Forum für Eintrag? Ich schreibe mir in einem Forum, dass er erst mal auf WC will. Das ist alles Müll. Nein, können wir nicht. Aufnahme läuft alles noch gut. Gut, gut, gut. Ich gebe gern mal irgendwann die 500 voll. Also, bringe ich noch jemanden da außer Delfinio? Nein, dachte ich mir. So, stirbt noch einer? Nein, vielleicht nicht. Das ist hier schon. Wir gehen dann bei mir. Also, schauen wir mal an.